Yo Leute, Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt mit meinem Freund, der hier den Frank genommen hat. Dann in eine Runde. Hoffentlich gewinnen wir. 13 Minuten. Ja, cool. 5. Challenge 5. Wahrscheinlich wird es gerne 5 Minuten sein. Ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Sagt mir. Der erste Riesenroboter. Ich bleib hier. Überwache den Tresor. Warte mal ehrlich. Von Bulls Megatacke lohnt sich das hier überhaupt ja gar nicht. Aber seine Merkawater ist mega gut. Ja. Abwache den Tresor. Ja. Das ist aber voll gut. Das ist aber ein Holz. Gut. Spare dir die am besten für den nächsten. Schade, dass es da keine Map gibt. Ja. Und du hattest wissen, wo alle Roboter sind. Ja. Das wäre richtig cool. Warten wir. Da klammert sich um ein. Ich bin aber nur schon gut. Ja. Der Kino bekommt es nicht hin. Ach ich meinte der Scheißboxer. Der Scheißboxer. Der Scheißboxer hat es nicht hinbekommen. Ah das kann. Wird ja. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Boah, ich brauche. Wie könnte ich jetzt auch ein Ultimo bei euch? Oh da kommt, da kommt die Tresor. Hi. Los. Feuer die Ult. Ich verfeuer meine Ult. Oh. Oh. Komm an dir. Ja. Ja. Ich versteze. Warte und sterben ein bisschen. Och her, ey. Aha. Es kommt unser Limit. Die Reden oder so. Was kommt nach den goldenen? Weißer. Das ist die Frage. Kommt Weißer. Sie sind noch stärker geworden. Muss noch zwei Stufen schaffen. Für die 19. Schutt, ich bin wieder tot. Ah, ich bin noch hochschaut. Oh nein. Nein, 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 nein. Wenigstens neuer Rekord. 2 Minuten. Nein, das ist noch kein neuer Rekord. 240. 240. Ich hab, ich hab, ich hab. Bam, bam, bam. Oh je. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ihr müsst wissen, ich zieh seit zwei oder drei Monaten keinen neuen Bowler. Ja. Ja. Hm. Probierbar. Nein, 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 nein. Was, was? Ja. Ah! Mein Freund rastet geradeaus. Er hat da eine Truhe. Er wollte unbedingt, dass ein neuer Bowler rauskommt. War aber nur Scheiße drin. Okay, das war's dann mit dem heutigen Video. Und ciao!